Hallo, ich bin der Waritz und ich bin der Simon und ich bin der Manuel. Und mir erklären könnt ihr unser intelligentes Ampelsystem. Bei einem normalen Ampelsystem ist es eigentlich so, dass die Ampeln einfach immer hin und her schalten und dann drückt vielleicht einmal, bei uns ist es so, bei uns drückt dann auch Manuel und die Ampel schaltet um. Und dann schaltet bei einer normalen Ampel einfach wieder nach einer gewissen Zeit um, aber bei uns ist es so, eine Autofahrt her und die Ampel blinkt wieder und die schaltet um. Und die Autos können einfach ganz normal wieder fahren. Und das war unser intelligentes Ampelsystem. Und das war die moderne Ampel. Da drückt die Ampel, die blinkt und schaltet auch um. Und das ist unser intelligenter Tunnel. Das sind zwei Ultraschallsensoren da und da. Und wenn das Auto eingefährt, dann geht das Licht ein und wenn es wieder ausfährt, dann geht es wieder aus. Und das ist weder der Fall.